So meine Freunde, lange angekündigt, jetzt gibt es mal wieder ein 4-Gewinnt. Wer das noch nicht kennt, das ist mein Format, wo ich als Fan mal Spieler vorschlage, die ich ganz gerne im Hertha-Dress sehen würde. Auch wenn wir natürlich in der neuen Saison noch nicht wissen, mit wem gehen wir in die neue Saison als Trainer, was wird die Spielphilosophie sein. Kann man ja trotzdem schon mal gucken, was braucht man denn so bei unserem Kader. Und ich würde ganz klar sagen, unter anderem einen rechten Flügel. Und deswegen gibt es hier 4 Spieler, die man dort einsetzen könnte. Und auch unterschiedlichster Art und Weise aus der 2. Liga wohlgemerkt. Ich gehe da auch nochmal drauf ein, für wie realistisch ich da eine Verpflichtung empfinden würde. Und wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Außerdem gab es heute noch 2, oder gestern war das eigentlich schon, gestern gab es noch News. Zum einen ist unsere U19 weitergekommen im Berliner Pokal. Sie haben 5-2 gewonnen. 5-2 gewonnen im Viertelfinale gegen Hertha 0-3. Und unsere U17 ist auch weitergekommen. Die hat nämlich im Viertelfinale 4-1 gegen Starken gewonnen. Ich glaube, das war auch so zu erwarten. Die sind ja Unterklassiker. Und auch unsere U15 ist im Halbfinale des Nike Youth Cup 6-0 gewonnen. Im Viertelfinale auswärts bei den Reinickendorfer Füchsen. Also dafür schon mal ein großes Kompliment. Des Weiteren kam gestern ein Interview raus von Toni Leistner, der gesagt hat, dass er nach dem Vertrag bei Hertha seine Karriere beenden will. Er sagte, ich will meinen Vertrag bei Hertha erfüllen. Sollte das Optionsjahr dazukommen, werde ich das mit voller Kraft angehen. Danach werde ich mich in die weitere Zukunft stürzen. Er hat ja noch Vertrag bei uns bis 2025. Wir haben dann, glaube ich, noch von Vereinsseite eine Option bis 2026. Das wird man dann sehen, ist noch lange hin. Derzeit ist es ja gerade so, dass man sagen kann, ja, also Gächter und Marton machen es gut. Kommt auch darauf an, was für ein Fußball wir nächstes Jahr spielen wollen. Inwiefern er da wirklich absolut gesetzter Stammspieler ist. Kommt wirklich ganz klar auf die Art und Weise, wie man Fußball spielen will, an. Auf jeden Fall möchte er danach im Fußball bleiben. Allerdings hat er auch schon gleich gesagt, er möchte kein Trainer werden, weil ihm das alles zu schnelllebig und zu hektisch ist. War auf jeden Fall ganz interessant, dass dieses Interview gestern rauskam. Jetzt kommen wir aber zu den Spielern. Ich habe mich, wie gesagt, nur auf Zweitligaspieler konzentriert. Also Spieler von Konkurrenzmannschaften von uns. Und einige von, also ich denke mal, ein Großteil kennt ihr den Spieler. Und einige von euch werden auch schon erahnen, was für Spieler ich da ausgewählt habe. Ich werde diese Serie weiterführen, auch noch für andere Positionen, sodass man vielleicht am Ende wirklich auf zwölf Zweitligaspieler kommt oder so, die ich zumindest mal vorschlage. Aber wir beginnen mit einem Spieler, den ich ja schon oft erwähnt habe, der eigentlich meistens auf dem linken Flügel spielt, aber trotzdem eben sehr flexibel einsetzbar ist. Und die Rede ist von Yannick Rochelt. 25 Jahre alt, vom SV Elversberg. Interessant, weil beidfüßig. Dementsprechend auch gar kein Problem für ihn, sowohl rechts als auch links zu spielen, auch wenn er derzeit meistens links spielt. Er kann sogar auch im zentralen offensiven Mittelfeld oder auf so einer Halbraumposition eingesetzt werden. Spielt eine sehr, sehr gute Saison mit Elversberg. Ist einer der Leistungsträger und der Gründe, warum Elversberg schon jetzt fast, ja, den Nichtabstieg perfekt gemacht hat als Aufsteiger, als Durchmarschierer durch die dritte Liga in die zweite. Sein Marktwert beläuft sich bei Transfermarkt auf eine Million Euro. Sein Vertrag läuft bis 2026. Ist damals über Bayern 2 zu Ulm und dann zu Elversberg. In dieser Saison 25 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen. Super Kickernotenschnitt von 3,26. Interessant an ihm sind viele Sachen. Er ist schnell. Ich glaube, Topspeed über 35,2 kmh. Er ist sehr, sehr beweglich. Er ist spielintelligent. Er kann sehr, sehr gute Standards schlagen. Also da muss man ja auch mal sagen, ich würde gerne eigentlich nochmal Spieler verpflichten, die gut sind in Standards. Denn man sieht diesen extremen Unterschied, wie Paul Kodadei nur alleine durch die Standards für uns ab und an mal ein Gamechanger sein kann. Ob das ein direkter Freistoß ist, eine Ecke oder ein Halbfeldfreistoß. Das ist halt eine Waffe. Wenn du mehrere Spieler hast, die im Kader unfassbar gute Standards schießen können, gerade in so einer engen zweiten Liga. Oder wenn du eben auch mal Probleme hast, dir Torchancen gegen tiefstehenden Gegner zu erspielen. Oder der Tag gerade nicht so gut ist. Jeder weiß, wie wichtig Standards sind und wie viele Schwierigkeiten wir da in den letzten Jahren hatten. Also auch dahingehend sehr, sehr interessant. Für ihn selber wäre es in dem Alter natürlich auch der nächste Schritt zu dem wirklich großen Verein. Auch wenn Elversberg ja derzeit unter Horst Steffen nicht viel schlechter an der Tabelle dasteht als wir. Er schlägt sehr, sehr viele Flanken für gewöhnlich. Also wäre auch interessant, wenn wir nächstes Jahr wieder mit Tabakowits spielen. Ein weiterer Spieler neben Reze, Reze ja auch absolut flankenintensiv, der Tabakowitsch füttern könnte, dann eben auch von der anderen Seite und ist eben flexibel einsetzbar. Er könnte mit Reze immer wieder mal die Seite tauschen. Er ist spielintelligent, flexibel einsetzbar und würde ja nicht dementsprechend direkt Marten Winkler zum Beispiel so die Karriere blockieren, sodass er gar keine Chance mehr hat. Nö, das wäre dann ein interessanter Zweikampf, ohne dass du das auf Jahre gesehen komplett blockierst und trotzdem hast du ein bisschen mehr Konkurrenzdruck. Wir haben ja auch noch einen Gustav Christensen, der vielleicht nächste Saison auch noch eine etwas größere Rolle spielen könnte. Und er ist eben so flexibel einsetzbar, dass wenn du dann einen Zehner brauchst, da wissen wir auch noch nicht, was im Kader passiert, dann kann er auch dort spielen. Außerdem wäre es eben auch mal ein Spieler, wo ich sage, ja gut, wenn uns Reze fehlt, dann haben wir auch ein bisschen Qualität, der die Liga schon kennt, der da schon gezeigt hat, dass er da auch ein Unterschiedsspieler sein kann, den du reinbringen kannst. Der hat auch schon den einen oder anderen Alu-Treffer, also Statistik könnte sogar noch besser aussehen. Also das wäre ein Spieler, den ich sehr interessant finde, wo man natürlich immer sagen muss, Achtung, ist zum einen natürlich die charakterliche Frage, ich glaube aber, dass du da beim Team vom Elversberg wirklich nicht viel falsch machst, weil wenn die nicht ein tolles Team wären, also von der Mentalität auch her, dann wäre so ein Durchmarsch gar nicht möglich gewesen in so eine tolle Zweitliga-Saison. Die Frage ist bei solchen Spielern immer, wie performen sie dann in so einem größeren Umfeld mit einer ganz anderen Erwartungshaltung, als es bei Elversberg der Fall ist, mit einer ganz anderen Medienlandschaft und wie funktionieren sie auch in einem anderen System. Wir wissen ja noch nicht, wie spielen wir nächstes Jahr, wie würde er jetzt in so einem System von Pal Dardai beispielsweise funktionieren oder von einem neuen Trainer. Aber grundsätzlich würde ich mich auf jeden Fall mit ihm beschäftigen, weil das ist auch ein Spieler, denke ich, den du bekommen kannst, den du nicht nur mit Geld überzeugen kannst, sondern wahrscheinlich auch von dem Weg überzeugen kannst, weiter nach oben. Finde ich einen sehr, sehr interessanten Spieler. Spieler Nummer 1. Spieler Nummer 2, den ich vorschlagen würde und jetzt werden einige sagen, hä, wieso schlägt der denn jemanden vor, der nicht mal bei Kaiserslautern Stammspieler ist? Das kann ich jetzt gerne erläutern. Und zwar ist die Rede von Aaron O'Poku, 24 Jahre alt, Flügelspieler vom Kaiserslautern, auch der sehr, sehr flexibel einsetzbar. Linksaußen ist eigentlich seine Stammposition, hat aber die meisten Spiele in dieser Saison nach Einwechslung für Kaiserslautern auf dem rechten Flügel gemacht, ist auch Rechtsfuß, könnte also ebenso für Flanken sorgen, indem er eben bis zur Grundlinie durchgeht und dann flankt, kann auch hängende Spitze spielen, hat sogar schon Zehner gespielt und ist feilschnell, also unfassbar schnell. Einer der schnellsten Spieler der 2. Liga kann mit einem Topspeed knapp auf 36 kmh sogar kommen. Vertragslänge bei ihm ist nicht bekannt, seit 2022 ist er im Klub, also würde ich mal von ausgehen, bis 25, 26, wäre nicht so teuer, ist beim HSV ausgebildet und trotzdem will ich ihn, obwohl er kein Stammspieler ist, immer wenn ich mir Kaiserslautern-Spieler angeguckt habe und er eingewechselt worden ist, hat er für mich einen extremen Impact gehabt. Nicht nur wegen seiner Schnelligkeit, sondern er ist extrem dribbelstark, er sucht das Dribbling, seine Dribblingquote ist jetzt nicht die beste, aber er versucht unfassbar viele Dribblings. Also wenn du dir die ganzen Statistiken anguckst, die nicht immer viel aussagen, aber ich habe ja auch die Spiele gesehen, dann ist er beispielsweise einer der besten oder gehört zu den besten 15%, was die Dribblings in den Strafraum angeht. Also da sucht er wirklich die 1-gegen-1-Duelle. Bei raumgewinnenden Pässen ist er sogar unter den besten 4% der Liga, hat einer der besten Quoten oder die besten Zahlen, was das Dribbling in den Strafraum angeht und ist eben, wie gesagt, feilschnell. Und das wäre auch ein Spieler, da könnte es auch sein, dass Winkler Stammspieler ist und den bringst du dann später eben rein. Das wäre schon so ein Spielertyp Winkler, ohne dass er zu alt ist mit seinen 24 Jahren, der kann sich noch entwickeln. Da hast du eine Waffe, der kennt auch die 2. Liga schon, der ist unfassbar flexibel einsetzbar, könnte wie gesagt auch bei einer Verletzung von Reze dann auf der anderen Seite spielen, könnte auch mal zentraler spielen in einem ganz anderen System, hat eine gute Schusstechnik, gute Distanzschüsse, ganz, ganz viele Sachen, die mir gut gefallen. Und schlägt auch gute Standards und gute Flanken. Also auch das, wenn man nach diesem Anforderungsprofil geht, ein bisschen ähnlich wie Rochelt, nur mit vielleicht noch mehr Tempo, dafür ein bisschen schwächer technisch, aber gefällt mir sehr, sehr gut, auch wenn er bei einem Abstiegskandidaten kein Stammspieler ist. Die haben natürlich auch relativ viele schnelle Spieler und bringen diese auch gerne dann in der zweiten Halbzeit, um nochmal so einen Impact zu erlangen. In dieser Saison hat er 19 Spiele gemacht, zwei Tore, keine Vorlage, aber wie gesagt auch fast kein Spiel von Anfang an. Von daher ist das trotzdem eine gute Quote und der hat immer Impact. Er hat immer Impact und dadurch, dass ich Derry Scherndt einfach überhaupt nicht als Flügel sehe, hätte ich so einen Spielertypen gerne, der wäre nicht teuer, könnte man wahrscheinlich sogar verpflichten oder könnte man eventuell verpflichten, sagen wir es besser so. Und ich glaube, mit dem richtigen System kann der einem richtig helfen, ohne dass er wirklich eine Position komplett blockiert. 41 Spiele, vier Tore, neun Vorlagen insgesamt für Kaiserslautern gemacht. Und ja, ich finde ihn richtig gut, auch wenn er nur ein Ersatzspieler ist. Wir müssen ja jetzt auch nicht, also ich glaube sowieso nicht, dass wir den nächsten Rehse verpflichten können, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn wir auf der rechten Seite auch noch einen Fabi-Rehse hätten und ihn quasi klonen könnten nochmal. Aber ja, ist für mich einer der Spieler, den musste ich unbedingt nennen, weil ich ihn sehr, sehr interessant finde. Ist übrigens auch 1,85 groß. Rechtsfuß kann aber, wie gesagt, beide Seiten dann je nachdem eben bespielen. Müsst ihr euch mal angucken. Mir gefällt er sehr gut, auch wenn ich weiß, dass wahrscheinlich einige sagen werden, der würde uns doch null weiterhelfen, der würde uns doch null aufs nächste Level bringen. Ich glaube schon, dass der uns auf jeden Fall weiterhelfen könnte, auf der rechten Seite und auch auf der linken Seite. Die nächsten beiden Spieler sind dann völlig andere Spielertypen. Und beim nächsten Spieler, den muss ich natürlich nennen, den habe ich auch letztes Jahr schon ein paar Mal genannt, der ist kein typischer Flügelspieler, der jetzt immer die Breite hält und den du in die Tiefe schicken kannst. Aber der bringt ein Element mit und Fähigkeiten, die schon auch ziemlich einzigartig beziehungsweise ziemlich selten in der zweiten Liga sind. Die Rede ist von Barisch Artig, vom FC Magdeburg. Nicht falsch verstehen. Er ist kein Flügelspieler wie Winkler, der dann die Breite hält oder wie Rehse, der dann in Eins-gegen-eins-Duelle geht wie Opoku. Aber er ist ein fantastischer Fußballer. Er kann linker Flügel spielen, was er häufig gemacht hat. Zuletzt hat er aber auch häufig rechter Flügel gespielt. Er kann ZOM spielen, ist Rechtsfuß, unfassbar guter Standardschütze. Einer der besten Spieler, wenn es um Raumgewinnende Pässe geht beziehungsweise Schnittstellenpässe zwischen die Verteidiger. Da könnte ein Tabakovic aber mal ungemein von profitieren. Auch ein Rehse, wenn der dann diagonal in den Strafraum reinläuft und Artig ihn in Szene setzt. Er ist unfassbar wendig, niedriger Körperschwerpunkt, weil er so klein ist, schwer aufzuhalten, absolut spielintelligent, auch wie er sich bewegt. Dem musst du natürlich auch die Freiheit geben. Der wird dann nicht die ganze Zeit auf der rechten Außenlinie sitzen oder stehen, sondern der bewegt sich dann zwischen die Innenverteidiger. Dann ist er auf einmal im Zentrum. Dann geht er so fast auf die linke Seite und überlädt da. Also sehr, sehr spielintelligent. Eine absolute Passmaschine bei fast allen Passstatistiken, die es so gibt, ob die Kurzpässe, lange Pässe, raumgewindende Pässe, progressive Pässe, Pässe ins letzte Drittel, Pässe in den Strafraum, fast überall unter den Top 10 Prozent. Was die schusserzeugenden Aktionen angeht in der Liga, ist er sogar unter den besten 3 Prozent pro 90 Minuten. Sorgt er nämlich für vier Schüsse und ist ja auch ein sehr, sehr guter Vorlagengeber, wie man diese Saison wieder sieht. 25 Spiele, vier Tore, neun Vorlagen. Insgesamt für Magdeburg 111 Spiele, 41 Tore, 48 Vorlagen. Da waren allerdings auch Spiele in der dritten Liga dabei. Er ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Das muss man auch dazu sagen. Also für ihn wäre es nochmal ein größerer Schritt. Ist jetzt auch nicht weit weg von Magdeburg. Auch das könnte interessant sein. Aber er ist natürlich der absolute Starspieler, sage ich mal, bei Magdeburg und recht unantastbar. Das wäre dann trotzdem bei Hertha wieder anders und auch da, dem musst du Freiheiten geben. Bei ihm muss man sich wirklich so ein bisschen die Frage stellen, was man immer so gehört hat, ob du dir mit so einem Spieler vielleicht das Teamgefüge auch ein Stück weit kaputt machen könntest. Ich sage jetzt nicht, dass es passiert, aber ob das passieren könnte. Das kann ich von außen schwer einschätzen. Ich kann da nur sagen, was ich so höre. Das ist ja auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Was Paul Dardai bei aller Kritik, für die ich immer habe, was er aber gut hinbekommen hat, ist wirklich eine Mannschaft zu erzeugen. Das siehst du ja auch in der Doku, wo die sich gegenseitig mal anschreien können, wo die sich in den Armen liegen, wo die Späße miteinander machen. Dieses Teamgefüge darf auf gar keinen Fall zerstört werden, weil das ist auch ein großer Grund. Das merkt man nach außen, nicht nur durch die Doku. Das ist auch ein Grund, warum wir als Fans so hinter dieser Mannschaft stehen, dieses Sympathische. Und ich weiß nicht, was bei Baris Atik passiert, wenn er dann das eine oder andere Mal irgendwo spielen muss, wo er keine Lust drauf hat oder gar nicht spielen darf. Aber wenn ich jetzt nur von den fußballerischen Fähigkeiten ausgehe und was er immer wieder in der zweiten Liga gezeigt hat, dann kann ich ihn gar nicht nicht nennen. Ob er überhaupt Lust darauf hat, wäre eine andere Sache. Aber ich glaube schon, dass ein 29-Jähriger gerne nochmal zu einem Verein mit vielleicht größeren Ambitionen gehen würde, wenn die ihm einen klaren Plan drauflegen. Magdeburg gibt ja immer keine Vertragslaufzeiten bekannt. Ich denke mal, bis 2025 hat der Vertrag, 2023 wurde zuletzt verlängert, zumindest das, was ich gehört habe. Wenn du ihn haben kannst, eigentlich ein Muss, darüber nachzudenken, ob du um ihn herum dein Team so ein bisschen aufbauen kannst. Der kann andere Spieler viel, viel besser machen. Ist sehr, sehr schwer zu stoppen. Aber natürlich auch für mich, so ein Spieler, wenn man gegen ihn spielt, geht der mir sowas auf die Nerven mit seinem Lamentieren und immer Gefalle und so weiter. In der eigenen Mannschaft geht es dann vielleicht immer ein bisschen mehr. Aber das ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Geschätzter Marktwert übrigens eine Million Euro. Aber ja, da müsste man wirklich gucken, wie man bei einem Bewerbungsgespräch auch guckt. Was sind so die Soft Skills bei jemandem? Wie kann er sich in eine Mannschaft einfügen? Wie fügt er sich auch weiterhin ein, wenn es mal nicht läuft etc.? Aber fußballerisch muss man ihn nennen. Auch wenn er, wie gesagt, kein typischer rechter Flügel ist. Aber auch der würde dir wieder ganz viele Optionen einfach geben, um dann eben zum Beispiel auf der rechten Seite das mal ein bisschen anders zu interpretieren. Wer weiß auch, wer nächstes Jahr bei uns Rechtsverteidiger ist. Vielleicht ist das ja jemand, der sowieso nachschiebt, sodass Barisch-Oatic dann ein bisschen Halbraum mehr spielen kann und hinterlaufen wird und dann denjenigen in Szene setzen kann. Das kommt ja auf ganz, ganz viele Puzzlestücke in so einer Kaderplanung an. Aber dass er interessant ist, ist glaube ich klar. Ja, und dann Spielertyp, der ist wieder ganz anders als alle drei anders genannten gerade. Die Rede ist von, ja, ist auch ein Potenzial, dass er bei uns floppt und dass er nur bei einem Klub wie Paderborn funktioniert, weil die eben auch einen Klasse-Trainer haben mit einem Klasse-Spielsystem. Aber interessant finde ich ihn trotzdem. Philipp Bilbier, auch unfassbar flexibel, einsetzbar. Rechter Flügel, Mittelstürmer, ZOM, hängende Spitze, Achter, hat er alles schon gespielt. Spielt aber auch viel bei Paderborn, rechter Flügel, Rechtsfuß, der ist überhaupt kein Spieler, der jetzt über seine Dribblingquote kommt, der über seine Schnelligkeit kommt, dass du ihn in die Tiefe schickst. Das ist sogar er seine Schwäche, würde ich sagen. Der hat, glaube ich, einen Topspeed von knapp unter 33 kmh. Also Geschwindigkeit ist er seine Schwäche. Wäre dann aber eine interessante Ergänzung auf dem rechten Flügel, zum Beispiel zu Winkler oder Christensen, denn er ist auch spielintelligent, der haut sich immer komplett rein, der hat einen sehr, sehr guten Abschluss. Interessant, in Berlin geboren, ausgebildet unter anderem bei TB und Hertha 03, also das könnte zumindest auch mal passen, ist 23 Jahre alt, hat also auch noch Entwicklungspotenzial, hat auch einen guten Körper, 1,89 groß und hält sich auch gerne so in den Halbräumen auf. Aber er performt natürlich derzeit auch bei einem Taktikass. 19 Spiele, 5 Tore, 4 Vorlagen, wie gesagt, auf unterschiedlichsten Positionen schon eingesetzt, durchsetzungsstark, schöne Distanzschüsse, guter Abschluss, sucht auch immer wieder den Abschluss und ist so ein richtiger, der sich einfach aufreibt. Also das ist so ein Spieler, den kannst du reinbringen, wenn du gerade siehst, so die Motivation ist irgendwie in der Mannschaft nicht so gegeben, der haut sich in jeden Ball auf jeden Fall rein. die ganzen Statistiken, wie gesagt, Passspiel, Dribbling sind aber nicht gerade auf seiner Seite. Das ist dann eher so ein Spieler des Formates, Kämpfertyp, Durchsetzung stark, der regelt sehr, sehr viel mit dem Willen. Das erinnert mich immer so an viele Spieler, die auch immer, natürlich nicht in der Qualität bisher, aber fußballerisch, aber so vor 4, 5 Jahren bei Freiburg gespielt hätten. Das ist so eine Mannschaft, die wirft alles rein, die machen die einfachen Dinge richtig und so würde ich Philipp Bilbier beschreiben. Marktwert eine Million, Vertragslaufzeit unbekannt, das ist ja bei Paderborn auch häufig so, kam glaube ich erst im Sommer. Den wollte Quasenjok auch einfach unbedingt haben für sein Spielsystem. Das ist natürlich die Frage, ob der bei uns auch passen würde. Aber ich finde, Berliner, in Berlin geboren, sollte man sich zumindest mal mit auseinandersetzen und mit 23 Jahren ist da ja auch immer noch Entwicklungspotenzial nach oben. Wir hatten ja gestern einen Talk gemacht mit Benni, mit Joachim Hebel, mit Flo Blüchel und da habe ich auch gesagt, bei guten Trainern ist es ja sowieso was anderes, wie zum Beispiel bei Marcel Rapp, sage ich mal. Das ist für mich ein richtig guter Trainer, weil der schafft es vor allem auch nicht nur Jugendspieler weiter zu entwickeln, sondern auch Spieler in einem Alter von 26 noch viel besser zu machen durch das System, durch individualtaktische Dinge. Und Philipp Bilbier mit 23 auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial da. Fände ich interessant, ganz anders als die drei anderen Spieler. Würde mich auf jeden Fall bei keinem dieser drei Spieler beschweren, wenn die zu uns kommen, wenn man eine klare Idee mit denen hat und auch ein klares Ziel verfolgt, in welche Richtung es mit denen gehen soll. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr von diesen Spielern haltet. Ja, es kommen auch noch ein paar andere Spieler in den nächsten Formaten, aber das macht mir ja immer sehr viel Spaß, auch wenn das so FIFA-Style ist und wahrscheinlich auch komplett unrealistisch ist, weil erstmal muss ja überhaupt beiderseitiges Interesse entstehen. Aber das macht mir immer viel Spaß. Das wären vier Spieler, wo ich auf jeden Fall sagen würde, die könnten uns in einem funktionierenden System weiterhelfen und ihr könnt ja auch gerne mal, was rechte Flügel angeht, eure Vorschläge reinschreiben. Man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt natürlich auch noch ein paar Spieler, die ich auch interessant fände. Also einen Dom P vom HSV fände ich jetzt auch nicht schlecht, einen Elias Saad auch nicht, aber da kannst du dir sicher sein, dass die im nächsten Jahr nicht zu Hertha wechseln werden. So ein bisschen darauf wollte ich schon achten, weil sonst wird es vielleicht komplett unrealistisch. Auch wenn das nicht heißt, dass die alle zu uns wechseln würden, so hoch will ich uns da nicht hängen. Aber nur, dass ihr versteht, warum diese Spieler eben nicht erwähnt wurden, das ist einfach unrealistisch für mich. Wäre genauso, als wenn ich jetzt bei Außenverteidiger oder Schienenspieler Tom Rote nennen würde, der ja eigentlich auch von Dortmund aus geliehen ist. Also sowas ist ja unrealistisch. Gerne mal eure Wünsche rein, was diese Position angeht oder auch gerne, welche Position seht ihr denn noch für Verbesserungsbedarf. Ich denke mal, nächstes Mal mache ich zentrales Mittelfeld. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir und lasst ein Like da und wir sehen uns spätestens Montag im Stream um 21.30 Uhr. Freue ich mich sehr drauf und vielleicht kommt ja noch das eine oder andere Video. Über das Wochenende kommen dann auch der fast vierstündige Talk in zwei Teilen mit Benni, Jogi Hebel, den Sky-Kommentator und Flo Blüchel, den Scout. Freue ich mich auch sehr drauf. In diesem Sinne, macht's gut, schönes Wochenende, bleibt gesund und hau he. Und da, mit благops. Wenn ja, drei Aposteln und unten ist ein Abs herruss. Das Problem ist nach